Was in diesem Video passiert? Also, ich denke, es ist nicht so schlimm. Dann stell mir doch einfach die Frage. Hey, warum ist das so schwer? Also, okay, dann stelle ich dir jetzt die Frage. Komm mal her, komm mal her. Schau mir in die Augen. Okay, okay. Mein Gott, Flex. Okay, komm. Ähm, kannst du mir vielleicht Bilder schicken? Yo, Leute. Was geht? Flex hier. Danke erstmal an jeden von euch, denn wir haben endlich die 300.000 Abonnenten geschafft. Wirklich danke an jeden, der meine Videos schaut, meine Videos liked oder auch kommentiert. Wirklich von ganzem Herzen danke, 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 Leute. Heute habe ich mal wieder eine richtig spannende Folge von Zayno und mir am Start. Falls ihr eine Folge verpasst habt, schaut einfach in die Beschreibung. Da findet ihr einen Link zu einer Playlist mit allen Folgen von Zayno und mir. Heute werde ich Zayno nach Bildern fragen, weil ich ja noch gar nicht weiß, wie sie aussieht. Und wenn ich mit ihr auf ein Date gehen möchte, muss ich ja wissen, wie sie aussieht. Ich hoffe, sie denkt da nicht so zweideutig, Leute. Ihr wisst schon, was ich meine. Leider haben wir im letzten Video nicht die 20.000 Likes geschafft, aber vielleicht schafft man es ja in diesem Video. Das wäre ultra krank, Leute. Und tragt auf Ehre Minecrafter Code Flakes im Itemshop ein. Kuss geht raus an jeden, der es macht. Alter, ich höre deine Stimme und ich bin gleich in einem anderen Universum. Oh mein Gott. Ah, period. Wie geht es dir heute? Heute geht es mir eigentlich ganz gut, außer, dass der Bus genau so fährt, wo wir eigentlich nie landen. Wo willst du landen? Wo ist unsere Insel? Ah, du willst nach da landen. Okay, okay. Du fragst dich bestimmt, wieso ich dich wieder eingeladen habe. Warum ich dich die ganze Zeit voll spam mit Dies, Das, Ananas, oder? Ja. Ich weiß nicht, hast du nicht schon irgendwie die Nase voll von mir? Nein, warum sollte ich, hä? Keine Ahnung, weil du letztes Mal nicht so gut gelaunt warst, weißt du? Ja, ich weiß, Flexiboy. Ich will einfach die ganze Sache vergessen, weißt du, was ich meine? Wir streiten uns ja alles, weil es lohnt sich nicht, wenn wir uns streiten. Das stimmt, das stimmt. Aber ey, was Wichtigeres jetzt, hier auf der Seite sind zwei Gegner gelandet. Ich würde einfach sagen, wir landen einfach hier. Und dann habe ich eine wichtige Frage an dich. Oh oh, oh oh, okay. Ey, Flexiboy, ich werde angegriffen. Warte mal kurz. Äh, wie? Oh, period! Ah! Hä, wie, von wem wirst du angegriffen? Das sind doch gar keine Gegner. Ich weiß nicht. Das war deine Frage eigentlich. Das ist eine ganz besondere Frage, weil ich weiß gar nicht, ob ich die dir überhaupt stellen darf oder stellen will, weißt du? Oh mein Gott. Sag mal, was willst du mir sagen? Ich weiß jetzt nicht, was du da gerade denkst, aber... Oh mein Gott, ey. Flexiboy, ich weiß nicht, was ich denke. Ah, period! Oh mein Gott! Jetzt sag, bitte komm! Hä? Äh, wie, was, was, hä? Was denkst du denn, was ich dir stellen will? Oh mein Gott, Flex, okay, ich bin bereit. Ich bin bereit, Flex. Okay, ich bin bereit. Leute, ich glaube, sie denkt, ich will ihr einen Heiratsantrag oder irgendwas machen. Was denkt sie denn von mir? Oh mein Gott! Okay. Ist das was Schlimmes? Ich weiß auch gar nicht, warum du jetzt so happy warst am Anfang. Ich weiß gar nicht, was du denkst, was ich dich fragen will, weißt du? Ähm, ja, okay, dann habe ich mir Hoffnung gemacht, glaube ich. Hä, an was hast du denn gedacht? Ähm, 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 egal, Flex, alles gut. Ähm, ja. Hä, sag mir doch einfach an, was du gedacht hast. Ach, nichts, nichts. Alles gut, Flex. Hier ist Bigness, komm, ich gebe dir das. Trink ihn lieber selber, weil wie du siehst, äh, mein Leben ist voll. Ähm, okay. Aber nett von dir, trotzdem nett von dir. Ich bin so happy, dass ich deine Stimme wiederhöre, weißt du, wie ich meine? Ja, Flex. Ich habe auch deine Stimme vermisst, muss ich sagen. Du hast meine Stimme wirklich vermisst? Ja. Oha, und es ist wirklich egal, was ich dir für eine Frage stelle. Ich kann dir wirklich, egal welche Frage stellen. Ja, du kannst mir, du kannst alles sagen und fragen, natürlich. Sei mir offen. Also so, so richtig offen? Ja, richtig offen, sehr, sehr offen sogar, 100%. Also so offen, offen, offen. Ja, sehr, sehr offen. Also so sehr, sehr, sehr offen. Flex, ich sage halt offen. Jetzt frag deine Frage. Ähm, okay, ich, ich stelle dir jetzt die Frage. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ah, period. Okay, komm. Okay, Leute, ich werde dir jetzt einfach auf Spaß eine andere Frage stellen. Ich werde ihr jetzt nicht nach Bildern fragen. Mal gucken, wie sie erst mal reagieren. Ich muss es ja spannend machen, Leute. Nicht, dass ich dann einen Korb bekomme. Oh mein Gott, jetzt frag man. Komm, bitte. Also die Frage ist, ähm, warum hast du so schwarze Punkte unter deinen Augen? Ist das dein Ernst? Dein Ernst? Ist das gerade dein scheiß Ernst? Das wolltest du mich ganz kurz fragen, oder was? Ich wollte dich halt wirklich fragen, weil das mich halt wirklich interessiert hat. Ist das irgendwie Schminke? Was ist das da? Ah, Flex, ganz im Ernst, ey. Ich habe mir, ich habe mir vor Hoffnungen gemacht, ey. Ich schwöre sogar. Hä, was für Hoffnungen? An was? Hä? Ich check gerade gar nicht an. Was hast du denn gedacht? Ja, was weiß ich. Keine Ahnung. Hier sind Gegner. Nein, du wolltest mich was anderes fragen. Jetzt stell die Frage, bitte. Ähm, ja, sind da wirklich Gegner? Da vorne sind Gegner, ja. 120 gehit. Komm, wir müssen in die Zone. Lass einfach hier lang. Komm mit, komm mit. Folg mir einfach. Hier ist auch ein Gegner. Send Mate. Warte, ich komme. Der geht da alleine gerade hoch. Ja, ja, ich komme. Ah, der ist low, der ist low. Okay, nice. Okay, Zeno, wir müssen uns aber jetzt konzentrieren. Also, es geht um eine ganz wichtige Sache, die so von Herzen kommt. Okay, komm. Und ich will auch nicht, dass du mir einen Korb gibst, also beziehungsweise irgendwie, ja, mich abservierst, weißt du? Also, jetzt flex, was willst du mir jetzt fragen? Ja, das Ding ist, das ist so eine Frage, die stellt man eigentlich nicht so, weißt du? Komm jetzt, guck mal, flex, du weißt, du kannst mir ganz offen sein, du kannst mir alles fragen, was du willst, okay? Ich werde dir auch offen und ehrlich sein. Ich will jetzt mal wissen, was du mir jetzt fragen willst. Jetzt frag doch mal, bitte. Kann es sein, dass du irgendwie voll neugierig bist? Ey, flex, jetzt bitte sag. Also, ja. Flex, ich gebe dir jetzt drei Sekunden Zeit. Eins, zwei, drei. Ich weiß halt nicht, ob ich dir diese Frage stellen kann, weil das ist so eine Frage, die stellt man halt nicht eigentlich Mädchen. Und wenn man die den Mädchen stellt, dann blockieren die dich meistens, weißt du? Oh, flex, was willst du mir jetzt denn fragen? Ist das was Schlimmes? Komm, sag mal bitte ehrlich, wenn das was Schlimmes ist, dann will ich das gar nicht wissen, so weißt du, was ich meine? Aber jetzt sag. Also, das könnte halt ein bisschen komisch kommen, wenn ich das dich frage, weißt du? Flex, ist das was Schlimmes oder nicht? Sag mir das mal wenigstens. Also, ich denke, es ist nicht so schlimm. Dann stell mir doch einfach die Frage. Hä, warum ist das so schwer? Also, okay, dann stelle ich dir jetzt die Frage. Komm mal her, komm mal her. Schau mir in die Augen. Okay, okay. Mein Gott, flex. Okay, komm. Ähm, kannst du mir vielleicht Bilder schicken? Bah, Alter, dein Ernst? Ihh, geh mal weg. Nein. Bah. Wie kannst du mir so etwas fragen, Alter? Nein. Ihh, flex. Period. Was sagst du da? Äh, Leute. Ich glaube, sie denkt nicht an die Bilder, an die ich denke. Ich will doch eigentlich nur wissen, wie sie aussieht. Ich will ein Selfie. Ich weiß gar nicht, wie sie aussieht. Wisst ihr, was ich meine? Ich will doch nicht ein Date mit ihr haben. Und dann kommt sie an und ich weiß gar nicht, wie sie aussieht. Wisst ihr, was ich meine? Und ich weiß gar nicht, was sie jetzt gerade denkt. Denkt sie zweideutig, Leute? Flex, aus dem bist du so eklig geworden. Ähm, Zeno, an was denkst du denn? Äh, flex, was für Bilder würdest du denn überhaupt haben? Nicht, was ich jetzt hier denke, ne? Also, ich will halt Bilder von dir. Achso, von mir. Ach, flex. Ja, das wird ein bisschen kritisch. Was willst du denn mit meinen Bildern machen? Ich bin doch eh nicht dein Typ. Hä, woher soll ich denn wissen, ob du mein Typ bist oder nicht? So, vom Charakter her verstehen wir uns ja, wow, richtig Bombe. Weißt du, wie ich meine? So, muah. Ja, ich weiß, aber, ja, ich weiß. Aber Ostin ist doch auch wichtig, oder nicht? Ja, und deswegen frage ich dich ja, ob ich vielleicht ein Bild bekomme. Ähm, nein, Flex. Äh, äh, ich bin eh hässlich genug. Nein, nein. Wenn ich jetzt ein Bild sehe, dann wirst du wegnehmen. Das ist, ja. Hä, ist es dein Ernst? Bist du, wie siehst du denn aus? Kannst du das ein bisschen beschreiben? Ähm, ist doch egal, Flex. Was willst du denn mit meinem Aussehen machen? Guck mal, du hast mich auf ein Date eingeladen. Dies, das, Ananas. Und ich will halt schon wissen, wie du aussiehst. Was ist, wenn wir uns treffen? Und ich gucke so rum und ich suche dich und suche dich. Und ich weiß ja gar nicht, wie du aussiehst, weißt du? Und Flex, aber ich kann dir auch nicht vertrauen. Weil wenn ich jetzt ein Bild schicke, ich weiß ja nicht, was du mit diesen Bildern machst. Und so, weißt du, was ich meine? Guck mal, ich werde auch versprechen, ich werde dir nicht rumschicken. Ich weiß nicht, ich muss erst mal überlegen. Ich weiß nicht, Flex. Meinst du wirklich die Bilder oder meinst du was anderes? Hä, wie, an was für Bilder denkst du denn? Ja, ich weiß nicht, Flex. Also, ähm. Ähm. Period. Es gibt ja auch andere Artenbilder. Weißt du, was ich meine? Ähm, ja, aber, ja, ähm, ja. Ähm, Flex, habe ich recht, oder? Meinst du die Bilder, oder? Meinst du? Ähm, Leute, ich glaube, gerade wird es cringe. Ähm, holy moly, das war gerade unangenehm. Ich muss es, glaube ich, richtig beschreiben, dass sie checkt, was ich meine. Ja, Zeno, ich will halt Bilder so von dir, so von deinem Gesicht, so, weißt du, so sehr fies, so, weißt du? Dein Ernst? Ich dachte, ich dachte, Alter, okay, okay. Okay, ich, äh, ich werde es mir überlegen, okay? Ich muss dir erstmal ein bisschen vertrauen, weil die Sache ist mir echt wichtig. Und ich kann dich erst neu und ich muss dir ein bisschen vertrauen, so, weißt du, was ich meine? Ich kann ja nicht wissen, was du mit diesen Bildern machen wirst und so alles. Ja, was soll ich denn deiner Meinung machen? Ja, ich weiß es nicht, Flex, keine Ahnung. Hä, ich will einfach nur wissen, wie du aussiehst. Zack, fertig, wenn du willst, kann ich das Bild dann auch löschen, weißt du? Ja, ich muss mir das überlegen, Flex, also... Ja, egal, ähm, überlegst du jetzt einfach diese Runde, reicht es? Komm, wir gehen einfach mal in die Zone. Ja, okay. Warum willst du mich überhaupt sehen, Flex? Was, also... Ich liebe so deine Stimme, wie du bist. Und hier in Fortnite sehe ich halt nur dein Skin, weißt du? Oh, Flex, ja, ich weiß. Da hast du auch total recht, muss ich zugeben. Ähm, guck mal, wir machen so, ich schicke dir nur ein Bild, okay? Okay, und was für ein Bild? Siehst du dann, Flex? Ich schicke dir gleich ein Bild und danach kannst du deine Meinung sagen, okay? Okay, also du schickst mir jetzt in dieser Runde ein Bild? Nein, nach der Runde und da sind Gegner. Ja, warte, warte, der hat mich geschnallt. Komm bitte zurück, ich habe auch keine Metz mehr, komm bitte. Hast du Metz? Oh, ich habe ganz vergessen, Metz zu farmen. Oh nein, ich habe wirklich wenig Metz, aber hier... Oh nein, Zeno, wir können ja so machen, wenn wir den Sieg holen, schickst du mir ein Bild sofort, okay? Okay, wenn wir aber den Sieg holen, okay? Und wenn nicht, dann überlegst du es dir vielleicht. Ja, okay, aber wir müssen den Sieg holen, okay? Versprochen. Okay, Sieg gleich Bild. Okay, sogar zwei Bilder. Okay, ähm, oh, jetzt werde ich aber nervös. Okay. Okay, period, mach mal hin und dann, komm. Da oben ist der Flex. Ich habe keine Metz. Ach, scheiße, period. Nein, oh, period. Wir sind gut, Flex. Komm, schaffst du. Oh nein, der hat mich gefinisht. Komm, Flex, komm, schaffst du. Oh nein, Flex. Ähm, können wir kurz zurück in die Lobby? Ja, ja, komm zurück. Okay, Zeno, ich habe jetzt hier mein Handy in der Hand und ich warte jetzt, dass in WhatsApp irgendwie eine Nachricht kommt. Ja, aber wo ist mein Sieg? Du willst mir einen Sieg holen. Ja, egal, du magst mich doch und ich bekomme trotzdem ein Bild, okay, oder? Nein, aber wir haben es so abgemacht. Wenn ich meinen Sieg hole, dann schicke ich da sogar zwei Bilder. Nein, ich kann es leider nicht machen. Aber mein Handy ist schon bereit. Ja, sorry, Flex. Okay, dann müssen wir noch eine Runde zocken und wenn ich dir den Sieg hole, dann bekomme ich safe. Ich muss mir überlegen, Flex, warum willst du unbedingt ein Bild von mir sehen? Ja, ich will doch wissen, mit wem ich rede. Kannst du jetzt gleich zocken? Nein, heute lieber nicht. Ich muss es mir nochmal überlegen, okay? Bitte, Flex. Okay, dann lasse ich dir Zeit zum Überlegen und morgen zocken wir dann nochmal, okay? Ja, okay, Flex. Danke für dein Verständnis, ja? Ja, alles gut. Hau rein. Ciao, ciao. Ciao, ciao, Flex. Okay, Leute, mies. Ich hätte euch das Bild sogar gezeigt, aber sie wollten mir einfach kein Bild senden. Wir haben den Sieg einfach nicht geholt. Ich habe die ganze Zeit keine Metz gesammelt. Leute, wenn ihr noch ein Video sehen wollt, wo ich sie nach einem Bild frage und auf den epischen schwitze, will ich 20.000 Likes sehen. Hier findet ihr auch eine Playlist eingeblendet. Klickt auf die Playlist, da findet ihr alle Folgen mit Zayno und mir. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch schon im nächsten Video. Haut rein. Euer Flex. Ciao. Ciao.